Und damit zu einer kleinen Folge, und zwar Folge 58 mittlerweile. Ja, wir schreiten zu den nächsten 10er sozusagen hinauf. Schon krass, dass wieder fast 10 Folgen wieder her sind von den 50. Und die nächsten 40 auf die 100 zu, sozusagen. Ja, beim letzten Mal haben wir die Börbels ein bisschen aufgefüllt. Das werden wir jetzt auch wieder weiter tun, dass wird jetzt auch die nächsten 2-3 Folgen auch noch passieren. Warum? Denn ich muss das ja natürlich irgendwie hier zusammenkriegen, alles. Wie wäre es denn, wenn ich erstmal ein paar Kisten hier zusammenschmeiße? Ich habe hier keinen Slot mehr gehabt. Hier einfach mal wieder reinwerfen, wo wieder Platz ist. Und damit ich halt sozusagen sehe... Oh, da hast du wieder Kisten weniger. Kannst du wieder was reinschmeißen. So. Das brauche ich nicht mehr. Dann fällt die nämlich auch weg. Zeig, damit die zwei Kisten. Wo tun wir denn... Die hatte ich dann einen Slot, wo die Kisten schon drin waren. Oh, da hatte ich die in diesem... Oh, wo ist mein Golden Backpack? Wo ist es? Da ist es. Das darf nicht wegkommen. Habe ich da die Kisten reingeschmissen? Nein, aber da können welche rein. So. Was kommt denn jetzt noch irgendwo rein? Äh, Papier... Ja. Ich weiß nicht ungefähr, wie gesagt, was ich da immer reinschmeiße. Aber vorerst schaue ich mal eben bei den Bienen vorbei. Ob sie mal wieder ein paar mehr haben. Mal 13 hier. 27 da. 9. 14. Ja gut. Die können nämlich ruhig ein bisschen weitermachen, damit wir auch irgendwann diese Bienenkisten und so was alles voranschreiten können. Ähm... Bärenbüsche, ne, das ist eigentlich so uninteressant. Schienen, uninteressant. Bücher, uninteressant. Da werden wir vielleicht eine Halle mit anlegen. Ah ja. Ne, ist auch eine Essensgist. Also ist immer so diese Sache, was schmeißt dich da rein? Ähm... Tu mal dich eben weg hier, damit ich nicht auf dummen Gedanken komme. Und dich tun wir dann... Ja, hier wäre es schön, da rein zu tun. Das kann ja immer raus, da in die Eisengitter. Oh ne, die Öfen können hier raus. Und die Öfen können hier rein. So, was haben wir denn noch? Samenkürbisse. Was wäre eigentlich so gut für eine Baumkiste? Ja, das ist... Schmeiß ich da jetzt rein. Hier, Sattel. Sattel, Sattel, Sattel. Die kommen da jetzt rein. Hier noch ein Sattel? Nein. Hier habe ich aber was anderes wieder vor. Wieder hier. Bisschen zusammenschmeißen. Keine gute Idee. Genau, ihr seid jetzt... Nuller geworden. Dass die Uhr immer hier abhaut. Also ich habe einmal Counter und einmal schon eine Stoppuhr. Und die haut immer wieder ab, die olle Sau. So, ach da waren die Kisten, alles klar. Na ja, den Ofen habe ich. So, dann können die nämlich weg hier. Das kann ja aussortiert werden. Und die beiden können weg. Dankeschön. Sattel, 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 Sattel. Ein Sattel. Ein Sattel wäre doch schön. Hier ist nichts drin. Und drei Sattelchen. Aber das glaube ich doch nicht, oder? Habe ich nicht mehr gefunden gehabt. Das wäre doch schlecht. Da sind doch noch zwei Sattelchen. Da. Hier die Glasflaschen, die können weg. Dann habe ich noch hier... Da die Wissensfragmente können weg. Die Minionsschirmen, die können weg. Das wäre was für Essensküste. Ich weiß nicht, was... Was die jetzt hier bilden, hier. Extra ein Baum raus. Äh. Das ist Müll vielleicht. Müll, 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 Müll. Müll, 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 Müll. Ähm. Einmal, die können wir noch sehr gut selber gebrauchen. Ich weiß nicht, ob wir die Safari-Netz hier stacken können. Füllen wir gleich auch mal aus. Sattel weiß ich mittlerweile. Sollte hoffentlich wieder funktionieren. Vielleicht ist es auch aus dieser Version rausgenommen worden. Ich weiß es nicht. Setzen wir mal... Hier irgendwo eine Ecke an. Da. Fünf Sattel. Safari-Net geht auch. Goodie. Wissensfragmente vielleicht da hin. Und vielleicht auch noch die Scherben hier hin. Und hier vielleicht die Glasflaschen noch. Dass hier ein bisschen wieder alles wegkommt. Ich hab ja gesagt, da noch genug Unrat, was alles weg, wirklich weg muss. Hm. Fleisch, Fleisch. Hier ist eigentlich fast so ein paar Essens hier, diese Dinger. Die können raus. Sattel hab ich noch. Da hab ich noch ein Sattel. Mal im Sortieren drücken hier. Da hab ich noch. Nö, 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 nö. Hier ist alles sauber. Da, die ist glaub ich auch sauber. Ja, die geht. Die geht schon. Ähm. Nein. Das kann ich noch selber behalten. Ah, die Kisten. Hier die Ranken. Die Lillipads. Den Kaktus. Der kann bei uns so bleiben. Das ist Farbkiste für später. Und zwar irgendwie noch ein bisschen ein paar Farben haben oder sowas. Nee, hier dürfte dann auch nix drin sein. Genau. Dann tu ich mal weg hier. Zack. Hier ist nur noch Cobblestone drin. Bienen. Nee. Oh, was war denn da noch? Oh, da sind noch Feuersteine. Nein. Das sieht aus, dass jetzt fast immer meine Kisten aus Essen-Kistens bestehen. Und Cobblestone und so ein allgemeiner Mist. Krass. Kross, kross, kross. So. Dankeschön. Jetzt hab ich hier Lillipads und Ranken. Und dann vielleicht hier diese. Warte mal, die kommen da hin. Da hin. Die können da hin. Und hier können die Sattel noch hin. Das wär auch schon mal geschafft. So, Kisten hab ich da genug. Klopp. Schwertil da hängen. Oh, warte mal, muss meine Kettensäge. Nee, muss da bleiben. So. Jetzt müssen wir, wie gesagt, auch Energie jetzt mittlerweile ranschöffeln. Da schauen wir mal, wie weit die Energie da hinten ist. Die sollte auch bald irgendwann fast fertig haben. Hier ist ja unser schöner Kiesgang. Wo halt später die Minecarts, beziehungsweise das Minecart hier drauf rumfahren wird. Und daneben noch ein Parallel, vielleicht noch eins. Das weiß ich noch nicht so hundertprozentig ganz genau. Oh, du bist auch fast fertig. Ja, die Hälfte hast du schon. Über die Hälfte. Und das kann ruhig noch weiterlaufen. Das ist doch prima. Dann werde ich mir jetzt vielleicht zwei Kisten schnappeln. Die reichen. Zwei Kisten schnappen. Da werde ich jetzt die ganzen Farben bombardieren. Damit ich da nicht oben so einen Slot überall verbrauchen muss, werde ich jetzt das machen. Hier sind ja auch noch Kisten drin. Hier ist es glaube ich aber nur... Da ist nichts zum Beispiel drin. Da ist was drin, da unten. Weiß ich auch was da drin ist. Da ist... Erde. Erde, Erde, Erde. Aber die beide Erde habe ich da reingetragen. Dankeschön. Hier ist hauptsächlich wieder nur Kobbelstron drin. Das ist... Oh nein. So, den tun wir da hin. Oh, hier ist es auch heller. Dankeschön. Kann das nämlich hier, wie gesagt, da oben jetzt auch noch rein. Muss ja irgendwie los... Muss ja irgendwie los werden hier. Da, ein bisschen Kies hatte ich glaube ich noch. Farben. Euch tue ich mal... Ja. Tue ich euch denn hin. Hier in die Ecke. Und dann können wir hier vielleicht die Bücher einsetzen. So erstmal. Vorerst. Was ich so noch... Verwenden kann davon. Später kommen die Flächen... In ein Jazz-Fix-System oder halt in so ein Bücherregal. Oder in ganz viele Kisten, wo Bücher drin sind. So, Bücher hier drin. Und hier können wir Farben einsortieren. Blumen oder sowas. Eine Maus. So. Blumen. Blumen sind keine mehr dabei. Aber ich sehe, was sich gleich ändert. Nämlich die Zeit. Die nagt wieder am Ende. Da ist nichts mehr. Da sind Blumen. Sonst... Keine mehr. Ein Safari-Net ist noch da. Gingeschön. Blume. Essen. Essen, 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 essen. Samen. Wabber-Sappling. Nö. Safari-Net. Das Safari-Net ist ja eine Kuh. Da, Farben. Jetzt sind hier keine mehr drin. Farben. Und Bücher. Ah, das ist unser Safari-Net. Dankeschön. Genau, hier sind nämlich nur so viele Bücher. Nämlich auch direkt mit. Und der Rest ist eigentlich nicht mehr so eine besondere Kiste. Hier ist noch eine Minionscherbe. Naja, der Rest ist wirklich fast schon sortiert worden. Also so insgeheim sortiert worden. Was ich nicht mehr finden kann. Die geben aber alle Farben, oder? Naja, die gar nicht. Die gibt blau. Ja, das ist klar. Upp. Hier haben wir vielleicht noch eine andere Blume. Da haben wir vielleicht noch eine andere Blume. Die gibt weißes Zeug. Die gibt hellblaues Zeug. Aber dass die hier nichts gibt, wundert mich eigentlich. Ist aber auch egal. Tun wir auf jeden Fall da hinten reinsetzen. Dann machen wir das noch schnell. So, die Minionscherbe tun wir eben noch hier rein. Zack. Hier die Barrels wieder hin mit den Safari-Net, die Bücher und der Rest ist Farbe und Blumen. Und ein paar Bücherchen. Glück eins. Das ist auf jeden Fall gut. Stärke kann da noch hin. Bann. Rückstoß. Dornen, Dornen, Rückstoß. Wasser. Feuer. Oh, Wasser und Feuer hier hin. Und der Rest kann eigentlich hier so sortiert werden. Das ist eine separate Farbe. Das wird aus Kaktuskring gemacht. Das ist auch eine separate Farbe. Die müssen wir färben. Die können wir färben. So. Danke. 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 Und danke. Rot. Blau, Gelb, Weiß und Hellblauer Stoff. Die Tumor und eine Necke. Vielleicht findet sich noch irgendwie einen Nutzen davon. Aber dennoch möchte ich sagen, ich verabschiede mich hiermit von euch wieder, von der Folge hier. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash-Tabee. Und tschüss. Bis dahin, euer Flash-Tabee. 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 Vielen Dank.